Die Top 5 Besten Schwebepflanzenprodukte Ich habe das Anan Corical Wandregal gerade erst bekommen und ich bin absolut begeistert. Die runde Form und das Holz machen es zu einem wunderschönen Dekorationsstück, das gleichzeitig perfekt als kleines Regal oder Pflanzenhalter genutzt werden kann. Die Wandmontage war einfach und schnell erledigt und das Ergebnis sieht großartig aus. Besonders gefällt mir, dass es sich um ein Set mit zwei Regalen handelt, was mir noch mehr Möglichkeiten bietet, meine Wand zu gestalten. Ich kann dieses Wandregal nur empfehlen. Ich habe kürzlich EMAC RN 5 Stück künstliche Seerosen 10 cm gekauft und bin sehr zufrieden mit der Qualität des Produkts. Diese schwimmenden Blumen sehen unglaublich realistisch aus und verleihen meinem Gartenteich ein frisches und belebendes Aussehen. Die Lotusblüten sind einfach zu platzieren und zu bewegen, sodass ich sie nach Belieben an verschiedenen Stellen des Teichs platzieren kann. Ich liebe es, wie diese künstlichen Seerosen dazu beitragen, eine ruhige und entspannende Atmosphäre in meinem Garten zu schaffen. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach hochwertigen und schönen Teichpflanzen sucht. Ich habe den Superfish Floating Island Pflanzkorb für meinen Gartenteich gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Es ist einfach zu installieren und sieht toll aus. Der Pflanzkorb schwimmt auf dem Wasser und bietet Platz für verschiedene Pflanzen, die den Teich noch schöner machen. Außerdem bietet es auch Schutz für Fische und unterstützt das Bio-Gleichgewicht im Teich. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, besonders für Teichliebhaber wie mich. Ich bin begeistert von dem Tom Hü Magnetschwebeluft Bonsai Pot. Der Topf ist nicht nur ein eleganter Blickfang auf meinem Schreibtisch, sondern auch eine innovative Möglichkeit, meine Pflanzen zu präsentieren. Die Magnetschwebetechnologie ist faszinierend und macht das Pflanzenwachstum zu einem echten Erlebnis. Ich konnte sogar beobachten, wie meine Pflanze sich zum Licht hindrehte. Der Pott ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und in der Farbe Schokolade mit einem süßen EU-Mops-Motiv erhältlich. Ich kann ihn jedem empfehlen, der nach einem einzigartigen und modernen Pflanzgefäß sucht. Ich habe den Quoxe schwebenden Luft Bonsai Topf gekauft und bin begeistert von diesem einzigartigen Produkt. Der magnetische Topf lässt meine Pflanze schweben und verleiht meinem Wohnzimmer eine futuristische Note. Das Setup war einfach und die Anleitung klar. Der Topf ist auch sehr stabil und sicher befestigt. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Topf auch ein tolles Geschenk für Gartenliebhaber oder Technik-Enthusiasten ist. Insgesamt kann ich den schwebenden Luft Bonsai Topf jedem empfehlen, der nach einer aufregenden und innovativen Art sucht, um Pflanzen zu präsentieren. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.